Du bist Boss, wenn man sich mal wieder große Mühe macht, am Ende jedoch dennoch kaum einer lacht. Du bist Boss, wenn wir eine alte Brille, viel Spaß mit dem Projekt, in dem ich chille. Du bist Boss, die Aufmerksamkeit war zu gering, deshalb wird dieses Projekt nun ein Ding. Boss, BOSS, besser streamschauen, viel Spaß und reingehauen. So, zu einer neuen Folge von Boss und ich muss euch sagen, ich habe was Neues entdeckt. Ich habe mir eine Möglichkeit rausgesucht, in dem ich jetzt quasi das machen kann. Ich kann euch mal das kurz Display Capturing zeigen. Ich habe hier jetzt das Bild in Bild, das kann ich jetzt hinschieben, wo ich möchte. Und ja, das nehme ich auf, den Rest nicht. Wir machen heute den Stream. Dieser Stream geht nicht ewig genau. Der ist vom, ja, von einem Tag. Ich kann jetzt nicht genau sagen, von welchem. Ich kann es euch gleich sagen. Und zwar, der Stream ist vom 13. Juli. Also schaut ein bisschen her. Und ja, ich werde es hier mal so hin tun, denke ich. Und dann seht ihr mich jetzt auch. Ich hoffe, das passt so, schreibt bei in den Kommentaren, ob ihr es so besser findet. Oder immer, wenn ihr diesen Balken drin habt. Und den werdet ihr jetzt nicht drin haben. Ihr seht jetzt viel besser. Und ich denke, es müsste es auch schärfer sein von dem Bild her. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie das da euch so, wie es bei euch so aussieht, ne? Gut, wir starten jetzt aber trotzdem mal. Lang geredet, kurzer Sinn. Let's go. Hast du das selbst gestreept? Oder sowas? Oder sowas? Oder sowas? Oder sowas? Da muss ich noch den Sprite ändern, ne? Sehr, sehr cool. Ah, der entwickelte sich. Ja, der entwickelt sich jetzt. Not bad. Hab ich gut erkannt, der hat sich jetzt entwickelt. Aber in so einem Blick mal weg. Und haben jetzt Verfolgung. Verfolgung, yeah. Ja, der entwickelt sich jetzt nicht. Gecko-Boar sogar? Ja, in der Tat. In der Tat. Jasmin. Ja, ich bin's auch demotiviert. 12-4, Pokedollar. Ja, Gecko-Boar entwickelt sich. Nice. Okay. Jetzt muss ich noch den Sprite ändern, ne? Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall Highlight. Ich liebe Rap 10. Das ist so cool. Rap 10 ist echt cool. Ich hab ja mal schon in Mystery Dungeon Ultra gemacht. Das ist so true. Also wirklich, in Mystery Dungeon Zeit war es so geil immer. Rap 10. Nächstes wurden die neuen NPC-Teams angekündigt. Ja, immerhin. Das ist auch so ein Klassiker. In jedem Stream wird irgendwas NPC angekündigt gefühlt. Oh, ich gucke mich nach vorne. So, äh, gut, der Tobi. Ich geh mag noch jeden. Ich hab mich mit Käfer attacken, ne? Ne. Hm. Ne, noch leicht, leider. Ach, das war das, ob der Hund schwimmen kann. Komm jetzt, oder? Nein! Nein! Oh! Nein, das ist aber auch... Ah, ich hab keine... Oh, jetzt hab ich... Jetzt hab ich was irgendwo ungestellt. Ach, Stylist Pressure war das? Ne, ich will... Stylist Pressure! Das hat ja nur was mit zu tun mit... Mit, äh, wie stark man drücken muss als Stylist. Also, Touchpanel, das hat ja keinen Sinn. Ich hoffe, ich hab nichts falsch gemacht. Ich denke, ich hab alles richtig gemacht. Ich hoffe, ich hab nichts falsch gemacht. Hä? Ah, ne, man zieht jetzt meine Eingabe. Äh... Haha, da war ich ein bisschen verwirrt, eventuell. Okay, das ist eingestellt. Also, ziemlich verwirrt. Oh, hier ist es drauf gedrückt. Ja gut, ich hab's dann auf jeden Fall irgendwie gelöst, ich weiß nicht mehr genau wie, aber es ging irgendwie... Fünf Gnasien, ja, das ist schwierig. Okay. Oh, jetzt hab ich den Funk verpasst. Okay, mal. Ich kann auch mal suchen, oder was ist der? Irgendein Ereignis. Keine Ahnung warum, aber... Let's go. Mach mal jubeln, weil... Du kannst mal jubeln. Haha, jetzt mal jubeln. Ich muss leider sagen, die Musik ist ein bisschen zu laut, wie zu meiner Stimme in dem Stream gewesen. Ja. Aber naja. Ja. Ja. Ist schon in Ordnung. Na, ich freu mich jetzt... Ja, ich freu mich über einen neuen Account, aber ich freu mich jetzt nicht, dass ein Bidyser ist. Aber ja. Wird's nicht auch er... Habe ich ihn dann genannt? Oder sie? Bipzar. Bipzar. Ich glaube, Bipzar hat nicht so lange... Obwohl, ich weiß nicht, wie lange Bipzar gelebt hat. Wir sehen's vielleicht... Ich weiß nicht, ob's den Stream überlebt. Ich scheiße, Max. Ah, ich klicke mal Y und ich will X treffen. So, müssen wir weiter vorspringen. Wir kamen gut voran im Stream, denke ich. Also, doch, kamen wir. Ja. Hat er viel angefangen. Es war zu weit, Mensch! Das passt. Oder 1 noch. Die halten mich. Sehr cool. Danke schön. Ah, okay, nice. Was gibt's hier unten noch? Weiter. Machtlinse. Oh, okay. Machtlinse. Was... Macht... Linse? Hahaha. Wow. Was macht Linse? Das war lustig. Oh ja. Mit Dr. Esteban. Dr. Esteban. Das ist wirklich geil. Dr. Esteban. Sie wird einfach Dr. Esteban genannt. Das war ein Counter. Let's go! Dr. Esteban. Dr. Esteban! Das ist wirklich funny. Sie ist einfach Dr. Esteban. Reißer ist einfach der Dr. Estebans. Das war nicht. Einfach als hat er denn mit 20 auf. Das ist aber schon okay. Muss man sagen. Hm... Hm... Auf den G. Ich nehme mal Tobi. Bitte kille... So, das hat... Naja, nicht so... Ganz stark geblabbt. Ich glaube, dass keiner von den Gästen irgendwie irgendwie weh tun könnte. Und erst noch Moorlord. Jetzt haben wir erstaunen immer, ne? Und ja, das war's. Alter, Alter, Alter. Biebser ist fort. Na gut, Moorlord ist viel Level drüber. Alter, hier. Ritt Biebser. Eine Runde Mitleid. Ich hab den geliked, du Fisch, seit drüber her. Wahrscheinlich so. Nee, Bipzer ist tot. Bipzer hat echte Schlangen. Echt nicht lange. Echt nicht lange. Vielleicht ein kurzer Auftritt. Ja! Zu mir die kurzer Auftritt von Bipzer. Ich muss auch sagen, diese drei hier, die sind ziemlich unscharf, ne? Upsi. Upsi. Bipbipzer, ja so ist es. Ich bin auch sehr sad. So, dann gehen wir zum nächsten. Da brauchen wir noch zwei Minuten nach vorne. Ja, ist noch nicht ganz optimiert hier. Ich muss den kleiner machen. Oh, dammit. Okay, wechseln wir. Ich muss mal schauen, wie groß ich's machen möchte. Auf jeden Fall muss ich jetzt wieder anpassen, ne? So. Jetzt muss jetzt... Die Sache ist, die ich möchte halt sehen, welche Zeit ich gerade bin. Hat's eh schon. Okay. Wieso hab ich da jetzt einen Timestamp gemacht? Was war da? Hat's eh schon. Okay. Okay. Okay, der heilt immer. Das ist echt ziemlich nice. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Schau wir hier mal hin. Pause. Die Kämpfer, die hier sechs Kabardo haben. Weil die in Randomizer sechs verschiedene Pokémon haben. Ach, das war ein Angler. Mit sechs Pokémon. Das ist so schwer in Randomizer. Ich schau, diese Pokémon sind hart. Diese Kämpfer, die hier sechs Kabardo haben. Weil die in Randomizer sechs verschiedene Pokémon haben, glaube ich. Oder haben die sechs Barschfar jetzt? Das wäre ja noch in Ordnung. Das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Haben die jetzt echt... Nee, Azuril ist okay. Was haben die noch? Ich bin 18 jetzt. Oh. Ich hätte echt einen Babykuchen. Ich weiß es nicht. Rassla, Samutze. Naja, geht voll klar. Geht wirklich voll klar. Der Fahrradladen, nachher schönes Ding. Und dann bei der Neuesten Fahrrad. Das ist ja eine Steuern. Zweitrig eine Geschwindigkeit. Die Gangwebs. Ich muss ein Fahrrad fahren. Eilert hat das Klapprad für die wahnsinnige Geschwindigkeit. Das ist cool. Das ist cool. Das ist einfach so ein Anspiel auf die dritte Gen. Das ist es nice. Das ist wirklich geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Hey. Sehr schön. Wann nochmal? am 17 also am samstag um 14 uhr bis sonntag oder ach ja da war der spiel ja verfolgung und deswegen hätte das wenn ich wechsel und das verfolgung ein dann ist es ja ja wäre ich fast gestorben ja minimal knapp würde ich sagen die arena ich würde sagen wir kämpfen jetzt einfach so obwohl der stein schläft ne komm wir gehen ins poké sein das ist zu prof einer schläft der andere ist fast halb down also nee das muss ja auch nicht sein jetzt ok da ging es los aber gedauert viel leiterin von ewige nauz arena ich bin silvana macht dich auf meine platte pokémon gefasst das ist schon recht meiner nasenspitze kennt meinen gewinner wir werden viel spaß haben auch für den kampf gegen bob aber erst mal gegen director bob kämpfen director bob wirst du gar nicht dass es da auch andere namen steht ne aber der ist auch wasser soweit ich weiß dann ist absorber schon was bringen ja mittelmässig und ja dieser ist manntags war ein pokémon das uns übelst rausgeböllert hat das ist ja knapp oh mein gott ich muss safe wechseln los leihmama oh mein gott oh mein gott ist ja wirklich hauscharf ich war als panik immer so leicht gespeedet weil ich echt fiss hatte das war echt so sad weil name einfach mbp war also name aber no shit einfach mbp bestes pokémon von mir 100 prozent ihr seht meine verzweiflung wie ich pack's nicht mehr scheiße war eigentlich einer der der stabilsten von allen so ungefähr hast du so ein klub streich gilt nicht einfach so ein vogel super schall bieger weg ja ist voll verständlich wir müssen auf jeden fall das spulen ja ich habe schon ein frame gesehen was passiert aber gut ich glaube nicht ich glaube safe nicht dass safe tut mal jetzt scheiße knacki boi jetzt auch ripp ey knacki girl ja beide knackis knacki boi in pokémon schwe- äh schild und schnacki girl jetzt hier auch oh shit okay so schön kopf muss wirklich absorber ey irgendwie ist ja was falsch so klingt das nichts ihr seht meine komplette verzweiflung einfach ich muss schauen dass ich alles ansitze oder verzweiflung ah ich habe hier wen gefangen schauen wir uns auch noch schnell an ja das reicht locker ne okay wir haben ein ladybug scheiße kein ersatz jetzt hier ach komm das haben wir natürlich ladybug genannt die ladybug einen ding zu geben einen gut dann haben wir den prägniert das war sehr sehr mühsam dann haben wir quasi noch einen weiteren encounter geangelt nur ja ihr seht gleich was das problem war erstmal dass keiner anbeißt ne das war ein problem und das second problem seht ihr jetzt ja mein pokémon geangelt nicht so encounter no way ein raikou ja na klar was ist denn jetzt hier los ein raikou ja irgendwas schön da ein raikou ähm ja superschall erleben ey da ein raikou das wäre ja zu geil wenn wir das im team hätten ne hm das wäre wirklich geil nur die sache ist halt ja es war schwierig wirklich schwierig der macht mir echt viel schaden ne komm schon fang dieses raikou man kein einziges mal wackeln kein einziges mal ne das stimmt was soll ich denn da machen und der ist halt auch nie verwirrt was ist denn das ok ich setz mal krank ein das ist mir nicht ganz doof ja das wird echt risky hier oh ich würd dieses raikou haben ne ja einfach ein legi alle angeln ich pack's nicht ja man kenn's man angelt und kriegt einfach ein legi und das war's eigentlich auch schon von äh von dieser pokémon zeit hier sehr cool wir haben's nicht aber es war auch klar ne gut ich mach mich mal kurz aus dann seht ihr welche vier pokémon wir momentan haben so da in dem stream das ist glaube ich der letzte gewesen oder ich glaub das ist der momentane Stand ich möchte versuchen bald wieder zu streamen das gute spiel aber das sehen wir dann so ok genau ich hab ja dann da beendet genau und dann geht's jetzt hier in dvd weiter das war zu weit so um check zu rollen ist gar nicht mal so bad was ist nicht bad ich denke um check zu rollen ist gar nicht mal so bad achso um check zu rollen wieso zu rollen ich mein ich bin hier ja tanker ich bin hier oh no Hilfe ich hab in den sacke und den kopf du bist echt gar nicht so einfach jetzt gerade ne das ist echt hart da bist du irgendwo haha sehr sehr geil sehr sehr nice feier ich feier ich wirklich wirklich cool sehr sehr gut aber umso lange ne so du doobst mich jetzt hin nämlich nicht ne sehr nice boah sehr sehr hart ne na die sind einfach gar nicht so doof die leute ich muss die pallet weg machen shit nicht so bad ich hab ja auch nicht dachte ey ich wusste halt was ich sage irgendwie gefühlt aber gut ich hab selber gemacht wir finden das effekt reden wir mal ach shit die haben den nächsten schon ja verdammt ne die runde lief nicht so gut wie die runde wie lief die runde oh nein wie lange ich kann nicht bewegen die runde die runde habe ich ein minus eins gehabt muss nicht sein schlechte runde die runde ich hatte ja nicht mal jemand am haken ich konnte ja nicht mal campen jetzt die runde war bisserle fiese ich möchte jetzt mal schlagen oder haben wir äh claire gelevelt die serie mit den charakteren kriegen vielleicht können wir sie die river dead nennen oh boah riverdale river dead ring der fernert oder was kreativ das ist ja kreativ naja ok oder nicht wo ich schon eure aufmerksamkeit habe vergesst nicht viel wasser zu drücken jo meine flasche meine flasche wait 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 meine flasche meine flasche ich wie ich versuche vor meinen problemen und verpflichtungen davon zu laufen das fühle ich relatable ja really relatable auf jeden Fall really relatable mit selbstversorge und ich schäme mich nicht schäme mich das passiert wirklich irgendwas ich glaube ganz dass er ne verfolgt nicht mehr Tüffler? verfolgt es nicht mehr aber ich denke er wird gleich mit Tüffler ankommen ne weil ich ihn nicht höre ne ne nicht weg gehen vom Tüffler ankommen der ist funny aus haha mit dem Generator ja dass ich auch so weil ich die ganze Zeit gehittet worden werde hä? er wird gleich gehittet? ja ne die verfolgt nicht mehr mit dem Generator? der ist funny ne ach da ja seht ihr hier der ist funny aus haha das ist stimmt das ist funny das sieht aus ob er die ganze Zeit gehittet worden werde das ist funny das ist das true so ein so ein Chase super mh schön irgendwie Clicker er muss leider sagen ich bin nicht der beste im Flashlight save beziehungsweise ich bin absolut scheiße im Flashlight save mach mir nix vor aber ich hab den Saukart sehr gut nachgemacht oh man ärgerlich war so ne nicer Chase? ich glaube nicht ich glaube wirklich nicht kommt sie an überhaupt nicht ja ok das war interessant das Geräusch ich hab was war das grad für nen Sound alter das war jetzt nicht die Krone die woanders war das findest das war ein Space Shuttle das abgehoben ist aber ok ha true echt wie ein Space Shuttle der Amber oookay jetzt kommt bestimmt sicker Move uiuiuiui war ich gar nicht so geplant das war geil das war geil wie sie geschaut hat jetzt hat sie mich ja endlich hm ach schön das macht spass war ne einzige Jagd ja war die länger die Jagd? oh das war bei der Runden beginnen ja war der Sound uuuuuh was hast du denn gemacht? wann beginnt die Jagd? hier beginnt die Jagd ich könnte einfach auch nochmal anschauen oh shit ha 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 das waren drei Stück das stimmt das waren drei Chants aber das kann sich garantiert anscheinend ich ärgere mich immer wenn ich die Pelle droppe aber wenigstens wenn ich das dann denn dann gehts wenigstens noch ja genau den Rest haben wir gesehen den Rest haben wir gesehen uiuiuiui der war ein bisschen hoch sonst war der gar nicht oder oder nicht den haben wir ja nicht gesehen helft mir wir brauchen wir da jetzt ja gut wir können die Jagd noch kurz weiter schauen echt lange verletzt das hier oh nice leider kein Adrenalin oh shit das ist der Baum der Push einfach sich disrespect und einfach auch low vaulten doch oh my god ah haha das war wirklich nice ich liebe es halt einfach in Bewegung zu bleiben und so eine Runde zu laufen anstatt einfach nur stehen zu bleiben wirklich geil genau und jetzt käme es ja so next one der Jake Jake ist T8 ist ausgegangen wie Jake war ne 1 Runde war positiv egal egal na gut muss man ja auch canceln heutzutage war schon fun ja das stimmt gut dann hat noch das letzte für heute und dann ist der lange Paar noch zu Ende Wandersehen wir machen die ganze Jagd ich will die ganze Jagd sehen ich will die ganze Jagd sehen dann startet sie ich bin voll ich bin voll oh was hinter mir oh wie warst du hinter mir ich hab den auch gar nicht gesehen warum hast du hinter mir ich hab den auch gar nicht gesehen ich hab den auch gar nicht gesehen ach komm jetzt in Ruhe ne oh lol die Moves das Fenster war jetzt nicht die aller 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 war nicht die aller schlauste Idee ach komm ja da war der Baum Mensch Bäume im Wald schrecklich aber gut dann würde ich sagen war es das von dieser Folge von äh Boss hab den Namen vergessen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten auf wiedersehen Tschau